Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die verschiedenen Medien bei der Feier der Heiligen Messe verbunden sind. Seit Montag begleitet uns das Tagesgebet der jeweiligen Messfeier, indem wir es uns ein wenig anschauen und die tiefe Glaubensaussagen, die in diesen Gebeten stecken, uns ein wenig zu betrachten. Ich habe erzählt von dem Messbuch, dem Gebetbuch sozusagen des Priesters, das er bei der Heiligen Messe nutzt mit den vielen verschiedenen Gebeten, die darin festgelegt sind, manche auch zur Auswahl gegeben sind. Das Tagesgebet sammelt die ankommende, sich versammelnde Gemeinde, dass man nicht nur am gleichen Ort angekommen ist, um zusammen die Heilige Messe zu feiern, sondern sammelt die ganzen Gedanken und Anliegen der verschiedenen Gläubigen, die da zusammenkommen, um sie gemeinsam vor Gott zu tragen, dass man nicht nur als Einzelner die Heilige Messe feiert, als wenn man mit dem Anderen nichts zu tun hätte, sondern so wie jeder von uns ist, mit den Anliegen, dem Dank, den Bitten, kommen wir zusammen und bilden eine Gemeinschaft, weil wir Brüder und Schwestern sind. Und deshalb das Gebet dann diese Gedanken und vor allem die Gläubigen sammelt und damit eint untereinander und mit Jesus Christus. Das Tagesgebet der Messfeier beginnt mit dem Einladung Lasset uns beten, der Gebetsstille, der Anrede an Gott, die oft sehr unterschiedlich ist, ein Dank oder ein Lob auf Gott und dann eine konkrete Bitte. Und die ganze Gemeinde stimmt dann ein am Schluss mit dem bekräftigenden Amen und damit das gemeinsame Gebet, das zwar der Priester spricht, aber nicht für sich, sondern immer für die Kirche, wie jedes Dienst des Priesters immer ein Dienst für und in der ganzen Kirche ist. An jedem Sonntag gibt es ein eigenes Tagesgebet, an jedem Feiertag ein eigenes Tagesgebet, bei ganz vielen Heiligen ein eigenes Tagesgebet. Werktags wiederholen sich die Gebete nach vier Wochen und werktags dürfen sie auch ausgetauscht werden mit einigen Vorschlägen aus dem Buch. Jetzt sind wir in der allerersten Woche im Jahreskreis, die erste Woche in diesem Jahr, Kirchenjahr in den die grünen Gewänder getragen werden. Schauen wir uns das Gebet des heutigen Tages noch einmal an. Gott, du bist unser Ziel. So fängt es an. Gestern fing es an, Gott unser Vater und am Montag allmächtiger Gott. Wir merken schon, Gott wird unterschiedlich angesprochen, weil er nie begrenzt werden kann auf eine Sichtweise. Er ist der große Gott. Heute er ist unser Ziel. Wir haben ein Ziel vor Augen. Nicht nur das, was wir uns vornehmen für das Jahr 2023. Eine Besonderheit, dass man mehr Sport machen möchte oder abnehmen möchte oder mehr für die Gesundheit tun möchte. Das sind kleine Zwischenziele des Lebens, die uns das Leben erleichtern können oder ermöglichen können oder dass wir ein gutes Leben haben, dass wir uns gut einsetzen, auch für andere. Aber das eigentliche Ziel unseres Lebens ist Gott selbst. Und wer dieses Ziel vor Augen hat, wird im Laufe seines Lebens viele, viele gute Dinge tun, wenn wir Gott im Blick haben als unser Ziel. Und auf dem Weg zum Ziel ist dann dieser Lebensweg, unser Lebensweg. Solange wir Gott als Ziel vor Augen haben, sind wir auf dem richtigen Lebensweg. Wenn wir abkommen von unserem Lebensweg, Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, wegführen von Gott, haben wir Gott nicht mehr als Ziel vor Augen. Du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit. Zunächst mal, wie auch gestern in dem Tagesweg, wie eine Feststellung. Gott zeigt den Irrenden den Weg, das Licht der Wahrheit. Irrenden? Wann verirrt man sich? Dann, wenn man das Ziel nicht mehr sehen kann, wenn man nicht genau weiß, welchen Weg muss ich denn jetzt gehen? Wenn man meint, man hätte ein Ziel vor Augen und hat sich vertan, ist vom eigentlichen Weg abgekommen. Stellen wir uns eine Bergwanderung vor, ein Wanderweg, jetzt gabelt sich der Weg. Ich bin nicht ganz sicher, die Markierungen sind vielleicht auch etwas verblasst oder nach einem Sturm sind sie runtergefallen. Sieht alles ganz anders aus, dann kommt noch Regen dazu und schlechtes Wetter, schlechte Sicht. Ja, aber gehen wir diesen einen Weg nach links, da geht es scheinbar ganz gut weiter. Das wird schon die richtige Richtung sein. Und am nächsten Gabelung denken wir, nein, das kann doch nicht sein, hier waren wir noch nie. Man irrt herum und wenn es dann noch schlechte Sicht gibt und dunkel ist, wird es immer schlechter. Man wird nervös, man kriegt Angst, dass man vielleicht das Ziel gar nicht erreicht und immer weiter weg kommt vom Ziel. Der Irrende, der das Ziel zwar anstreben möchte, aber nicht weiß, welchen Weg ich gehen soll, es ist dieser oder der andere Weg. Gott zeigt das Licht der Wahrheit. Nun ist das ein Bild mit diesem Weg. Auch um die Wahrheit zu finden, also Gott zu finden, brauchen wir Erkenntnis. Was ist Wahrheit? Eine alte, von Menschheit immer wieder gestellte Frage. Was ist die Wahrheit? Gott zeigt das Licht der Wahrheit und damit den, der eine irrige Meinung vertritt, voll Überzeugung. Er zeigt, Gott zeigt diesem Irrenden, dass er falsch, in die falsche Richtung denkt, redet oder auch lebt. Es geht also nicht nur in dem Bild eines Weges, dass man vom Weg abkommt und herum irrt, sondern es geht um wichtige Entscheidungen des Lebens. Ich kann mich für etwas entscheiden, ich habe die Freiheit als Mensch dazu und muss irgendwann feststellen, dass diese Entscheidung, diese Lebensentscheidung falsch war. Aber um das zu erkennen, brauche ich diese Erkenntnis eben, um die Wahrheit zu erkennen. Und da hilft Gott. Aber er weist nicht nur darauf hin, du bist falsch, du hast falsche Entscheidungen getroffen, du bist nicht mehr in der Wahrheit, sondern du führst sie auf den rechten Weg zurück, wie ein guter Wegbegleiter. Komm wieder auf den richtigen Weg. Das heißt doch auch nicht nur, denken Sie an gestern, eine Feststellung. So ist halt Gott, er zeigt den Irren das Licht der Wahrheit, er führt sie auf den rechten Weg zurück. Das ist nicht nur eine Feststellung, sondern wir sind dankbar dafür. Wir loben Gott, er zeigt den Irrenden das Licht der Wahrheit und führt sie auf den Weg zurück. Gott, Gott, du lässt uns nicht in die Irre laufen. Gott, wir sind dir nicht egal. Du gehst uns hinterher, du öffnest uns in der Dunkelheit, in dem Irren ein Licht und hilfst uns auf den rechten Weg zurück. Jemand, der einen an den Arm nimmt, an die Hand nimmt und sagt, komm, du sollst den richtigen Weg gehen, dein Leben soll gelingen. Also nicht nur eine nüchterne Feststellung im Gebet, sondern damit gleichzeitig ein Lob. Gott ist das Ziel. Wer von dem Weg weg kommt, zeigt Gott durch das Licht der Wahrheit und führt ihn auch zurück. Und nun schließt sich in jedem Tagesgebet eine Bitte an. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft zu meiden, was diesem Namen widerspricht und das zu tun, was unserem Glauben entspricht. Allen, die sich Christen nennen. Ich bin ein Christ. Erstmal eine Feststellung. Aber was bedeutet das? Fühle ich mich wirklich als jemand, der zu Gott gehört? Oder trage ich diesen Namen nur, diese Bezeichnung nur und lebe gar nicht danach? Ich kann mich auch Christ nennen und so leben, dass andere das überhaupt nicht mitbekommen. Dass ich sogar mich Christ nenne, aber die Gebote Gottes gar nicht achte und halte. Also sich Christ nennen ist das eine. In der Freundschaft mit Jesus Christus zu leben, ihn als den Bruder, ihn als den Herrn des Lebens zu bezeichnen, ist dann schon etwas anders, ist schon eine Entschiedenheit. Also zu sagen, ich bin ein Christ, aber dann über andere Menschen lästern. Ich bin ein Christ und bestimmte Menschen sogar zu hassen oder sie auszuschließen, hartherzig zu sein, dann nenne ich mich zwar Christ, aber ich lebe nicht wie ein Christ. Und das zusammenzubringen, darum geht es hier. Die Kraft zu meiden, was diesem Namen widerspricht und das zu tun, was unserem Glauben entspricht. Also den Glauben wirklich zu leben. Liebe Schwestern und Brüder, wie wunderbar und wie tief sind die Gedanken, die in den Tagesgebeten der Messe, wie ein roter Faden, dann die Texte und die Gebete, die im Laufe dieser heiligen Messe noch vor Gott getragen werden, durchlaufen. Und die uns ermutigen und die das sammeln. Das Sammeln all der Gebete der einzelnen Gläubigen, um uns als Gemeinschaft zu erleben und dann als Gemeinschaft und nicht als Einzelne, die zufällig am gleichen Ort sind, zusammenzufassen, ist eine wichtige Aufgabe des Tagesgebetes. In der äußeren Gebetshaltung drückt der Priester es auch darin aus, dass er nach der Aufforderung lasset uns beten und der Gebetsstille, damit alle der Priester wie alle anderen Gläubigen auch beten können, bereitet er die Hände aus. Er steht vor Gott, aber er sammelt sozusagen alles, was im Raum ist an Gebeten und trägt es vor Gott. Feiern wir diese heilige Messe, damit wir am heutigen Tag uns nicht nur Christen nennen, sondern alles tun, was diesem Namen entspricht und aus dem Glauben heraus auch handeln. Amen.